so da sind wir wieder und zurück bei let's play wie heißt er der springende roboter wir waren im level 25 und meine güte das fängt ja echt super an nach dieser pause jetzt aber geschafft ein vergleich zum level 21 war es glaube ich okay aus auch Backe hey so ah ich treffe das nicht ich treffe dieses komische Dingsbums da nicht jetzt alles level 27 das war klar abunterfallen darf man auch nicht sobald man sobald man schwingt sobald man schwingt ach sag mal geschafft nein wie weit kann ich raus weit maximal okay das war nein das war wieder nix jetzt ups kurz gelackt ähm ja losgelassen verständlich dass es nicht läuft und wir laufen weiter was was okay jetzt wird's hardcore wenn sich sogar das ding bewegt aua hey hab ich das jetzt wirklich berührt das kann doch nicht wahr sein das nicht so primitiv primitiv also das teil geht kann einem echt auf den pelz gehen also das teil geht kann einem echt auf den pelz gehen auch das war so klar das war so klar ich war so froh dass ich ein spiel spielen kann und aufnehmen und gleich das erste projekt was ich ehrlich gesagt am anfang ja so leicht eingestuft habe im letzten part erscheint mir jetzt übelst schwer was mir auch nicht gefällt das habe ich gestern schon in der aufnahme gesehen wo ich sie hochgeladen habe also übrigens das soll ein witz sein ja das habe ich schon in der letzten aufnahme gesehen das komische verwackelte was da dabei war ach gott das kennen wir doch schon denke ich mal irgendwie so juhu nein das haben wir jetzt noch nicht gekannt sorry für den kleinen spoiler ja jetzt aber ey bin ich so gut oder tue ich nur so juhu Leute ihr habt doch vorhin gesehen ich habe nicht weiter gespielt gell also es ist trotzdem immer noch genauso oh gott was soll denn der scheiß jetzt what the fuck äh wuuu wo ist das knapp ey nochmal den kompletten weg zurück gehen so waaach nein ja das war nichts hm das war wieder nichts ah das war erst recht nichts ấu gerettet 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 uua jahuuu uaah u gör glasses hier quní nicht zurück. Oh, what the fuck. Ähm, so habe ich mir das vorgestellt. Okay, gerade so kehrt sie gerade zurück, wie es vorhin war. Ja, stimmt, das habe ich noch in Erinnerung gehabt, als ich es bei meinen Geschwistern gesehen habe, wo die es gespielt haben. What the hell? What the fuck? Ein kranker Aufzug ist das. Erstmal, uuuiuiuiuiuiui. Ah, das war doch so klar. So, wieder Abstand aufbauen. Und auch das war wieder vorauszusehen. Aber diesmal, diesmal haut es hin. Und zwar wortwörtlich haut es. Das haut hin. Ich habe keinen blassen Zimmer, wie das Spiel noch so weitergehen soll. Auch hat mir meine Schwester gesagt, es soll auch noch einen Hardcore-Modus davon geben, von diesem Spiel. Als ob das... Okay, wir haben momentan schon das Level 40 erreicht. Das heißt, nach diesem Level gibt es wieder eine... einen kurzen... Punktestand. Aua. Für den Fall, dass ich das noch schaffen werde... Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ab! Ah, okay. Ich muss sofort springen und rüber. Jetzt... Oh Mann. Nein! Jetzt hätte ich es durchgehabt, ey. Jetzt. Jahu, ich hab's, Leute, ich hab's. Ich hab... Nein, nicht zurück. Das haben wir schon mal gehabt. Ich hab's. Scoring time. Scoring time. Your total time so far is... 40 minutes, 4 minutes, 4 seconds and se... Ich kann nicht mehr reden. 78 milliseconds. And you've completed 40 levels. Which gives you a score of... 15 million, 430... 493 thousand and 130. Yo. Und wir gehen wieder weiter. So. Ähm. Jetzt muss ich kurz die Steuerung nochmal finden. So. Au. Au. Aua. 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 Muss ich jetzt hin? Nein, nein, nein. Schon wieder falsch. Aber diesmal nicht. Haha. Diesmal nicht. Das da. Haha. Wow. Mann. Jetzt hab ich's doch gehabt. Fuck. Und das war wieder nix. Ah, Mann. Und schon wieder nix. Aber ich meine, wir schaffen... Wir sind ja auf dem besten Weg, das Spiel gut durchzukommen. Ich werde jetzt keine Sekunde lang zögern, um es irgendwie möglich zu machen, dass ich dieses Spiel beenden kann. Also wie schon gesagt, es ist nur ein Mini-Projekt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich mehr als fünf Parts davon machen werde. Wenn es fünf Parts sind, ist es schon viel. Wenn es fünf Parts sind, ist es schon viel. Ah. Das... Das kann doch nicht wahr sein. Also bitte, ey. Keine Musik. Oh Mann. Jetzt muss es aber losgehen. Ja. Geschafft. Oh. Oh. Das ist aber schnell. Muss ich überhaupt lang? Hier rum. Au. Die Ecke ist sehr gefährlich. Ah. Oh Mann. Jetzt hab ich diese Ecke gemeistert. Ich schaff's alles noch nicht. das darf wohl nicht wahr sein gehe ich damit um die ecke her ah man logisch und geschafft leute ich bin so super in diesem game und da sieht man es mal wieder genial ich eigentlich bin in diesem spiel der komische ding hat mich einfach so aufgarten blödsinn